Beschuss aus dem Jemen Rakete nahe Riyadh abgefangen stand, 19.12.2017, 15 Uhr Uhr Seitenanfang Südlich der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh ist eine Rakete abgefangen worden. Es entstanden keine Schäden. Das ballistische Giskoss wurde offenbar im Jemen von Houthi-Rebellen abgefeuert und sollte angeblich den Königspalast treffen. Jemenitische Houthi-Kämpfer haben offenbar versucht, das saudi-arabische Riyadh mit einer ballistischen Rakete zu treffen. Das Giskoss wurde nach Angaben der staatlichen, saudischen Fernsehsenders in der Nähe der Hauptstadt abgefangen. Zeugen berichteten von Explosionen und einer Rauchwolke. Es entstanden keine Schäden. Ein Houthi-Sprecher teilte mir, dass der königliche Palast in Riyadh getroffen werde sollte, wo gerade ein wichtiges Treffen stattgefunden habe. Die Rakete sei eine Vulkan H2 gewesen. Es ist aber sowohl unklar, ob die Rakete so zielgenau war, als auch, welche Bauart verwendet wurde. USA machen Iran verantwortlich nach Angaben Hallis, ist dies Teil des Lenksystems einer iranischen Rakete, die von Houthi-Milizen abgefeuert wurde. 14.12.2017 Experten und Verbündete Saudi-Arabiens bezweifeln, dass die Houthi-Milizen eigene Raketen entwickelt haben. Unter anderem die USA werfen dem Iran die Belieferung der Houthi vor. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Niki Hale, hatte vergangene Woche Waffenbruchstücke präsentiert, die dies beweisen sollen. Demnach stammen die Bruchstücke eindeutig aus dem Iran. Teheran unterstützt die Houthi-Rebellen nach eigenen Angaben politisch, bestreitet aber, Militärhilfe zu leisten. Krieg im Jemen bereits im November und Anfang Dezember hatte die saudische Armee gemeldet, Raketen abgefangen zu haben. Es entstanden auch damals keine Schäden. Als Reaktion auf die Rakete, die die Houthis im November abfeuerten, verhängte das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis eine Blockade über Jemens Flug und Seehäfen. Dies verschärfte die verheerende humanitäre Lage in dem Land weiter. Viele zivile Opfer bei Luftangriffen Die Militärkoalition bekämpft seit 2015 Houthi-Milizen im Jemen. Dabei kommt es insbesondere bei Luftangriffen immer wieder zu einer Vielzahl ziviler Opfer. Die Vereinten Nationen veröffentlichten heute Zahlen, die dies verdeutlichen. Durch Luftangriffe seien seit Anfang Dezember 115 Zivilisten getötet worden, 83 Menschen hätten Verletzungen erlitten, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf.